Hallo und herzlich Willkommen zu einer zur ersten Folge Bad Wars auf meinem Kanal. Da wird doch eine Playlist geben und wir spielen Rush 4 vs 4 vs 4. Und wir starten schon. Ne, ich bin so zuerst erschaffen. Oster. Ich fange es. Same. Gut, ich hätte gesagt, ich baue mich jetzt gleich. Ich kaufe mich mal Tools. Und... Kaufen wir die Sachen. Und Rush schon mal den ersten Gegner. Ich melde mich dann wieder, wenn ich drüben bin. Aber wir sind jetzt hier. Wir wird auch eine Basis. Und ich werde da jetzt kaputt hauen. Ich habe als Jumbled Young God. Boah, wo hätt ich denn da hin? Spannend, ich erlebe. Pft. Na gut. Pft. Jaaa. Ich melde mich wieder, wenn ich etwas Spannendes erlebe. Na gut. hat und ich kommt selbst geblock oft auf den neuen ja gut gut wir haben kein bett mehr ich nehme jetzt alle und sonst darf und kauft damit ich kaufe eine rüstung ein fehlerball feuerball gut zwei gold nein bitte lande fast okay ja das war's noch so dass sie machen wir eine runde dschungel die mit manche ich gar nicht aber ich muss ja spielen fragt nicht warum ich den alex den habe wenn ihr fragt dann wird in den kommentaren wahrscheinlich beantwortet viel das gehen ich fühle sie nicht der diese lange hat korrekt hat wie sie gerade wird bald oder vielleicht doch der aber wie jetzt viel ist das gehen egal gleich los raschen gut ich melde mich wieder wenn ich dann bei anderen trümpeln aber spannendes passiert Nein, blau hat mich runter genug, warum? Gut, nochmal neues Dorf fahren, ein Emerald haben wir hier, jetzt holen wir ein bisschen was auf die Sparkasse, wer baut diese gefährlichen Bridges immer? Hey, ich hab's, ich geh einfach mal drüber. Gut, ich melde mich wieder, weil ich in einem Baum oben bin, aber jetzt bin ich endlich hier oben im Baum, aber da kommen schon die ersten Gegner. Kaputt. Ich werde gleich, nein. 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 Gut, noch einen Versuch. Gut, jetzt sind wir auch wieder hier drin, aber in der Grunde. Gut, noch einen Versuch. Gut, noch einen Versuch. Vfäll voll ist simple strapp alive. Ah, stimmt, ich hab' keine Axt gekauft. Ja, wow, ich hab' eine Stone Sword. So, jetzt hol' ich mir noch ne Axt und dann geh' ich los. danke ich sofort so ich gehe vorbei ich glaube uns der roter das gefühl ist doch keine rechte mich gut ich gehe noch mal hin ich melde mich wenn ich den nächsten kiel gemacht so weiter geht's so gut wir fixieren uns jetzt doch etwas anderes und zwar holen wir uns jetzt zwei lps holen uns eine pickaxe ein steinschwert und blocks und damit will ich jetzt los rennen bitte kann lande ja selbst selbst nein warum gut das war's dann auch mal mit dem hebel verzerrt immer aus gut noch einmal so jetzt schaffen wir es aber natürlich ganz ganz safe ich will mir jetzt nur guten staff hier und das spiel nach und dann wird das video auch zu ende sein dann hoffe ich das mit der runde auch lang genug überlebe so müssen über der base so wie mache ich mir das jetzt am besten die fände alles nur mit meiner faust so zudem ich die fände alles nur noch mit meiner faust wir funktionieren irgendwie meine projects nicht funktionieren seit neuesten wieder achten kauf ich ein bisschen scharpen ist ja jetzt schatten so steinschwert sieht auch schon viel cool aus das shopkeeper geben der man auch bisher ertrinkgeld haben scheint es hättest du ein item an einen platz geworfen und übrigens nicht zurück bekommen hat das eisemort zurück in elementar gelegt was ist dies für eine nachricht wir sind wieder hier ich baue mir schon mal fluchtweg den ich auch benutzen werden muss wo er kann geld wäschchen macht keine clip daraus nein nein so jetzt einmal probiere ich doch sind die ist ein guter plot nein kurz bräuchte 10 so bisher gar aros ist tot immer besser weiter er hat den feuerwald zurückgeschossen so ich kaufe zwei plus heißt zwei wir gehen wieder zu grün ganz sicher ganz sicher ich sehe mich nicht ganz für was drach verstärkung ja keine taktik hat ihnen nichts gebracht noch mal auf ein neues zu gehen ja kipsim Hey, ich hab'n Kill gemacht! Nein, doch nicht. Nein! Ich bin so schlecht! Und unser Bett ist weg! Von Drup-Jubster! Woher habt ihr alles okay? Da, ja! Toll! So, ihr seht mich zwar grad nicht gut, aber... Das war's mit dem Video und... Für mehr Bettos-Content schreibt mir einen Kommentar und lasst ein Like und ein Abo da! Tschüss! 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 Tschüss!